Los, leichter! Du musst dir anschauen, wie ich schieße. Das schaut einfach komplett kacke aus. Ich schieße auch mal. Oder ich schieße auch mal. Oder ich schieße auch mal. So, jetzt... Der Michi, retten vor. Steingeblech werden. Bleiben die Gegner. Ja, wir müssen wahrscheinlich vorher aufgehen. Irgendwann geht's auf. Michi, warte auf mich. Ich habe keine Chance. Hast du den besten Kommentar gehen? Ja, es ist immer unterschiedlich, weißt du? Du wirst es ja Michi... Ah, nein, ja. Hast du zwei anbracht, Michi? Ja. Bleiben wir da, weil da kommen sie sicher. Da draußen kommen sie eh schon. Ich habe schon mal an den Fetzen gesehen. Da oben. Wir probieren ja. Ja, wie? Statt' auf. Stecker du Sack. Da, ja. Ah ja. Bis dies du, der was der Ballert? Na, da unten. Da war's gut, ja. Das geht da unten, bei der Leitung runter. Da, warte. Die erste ist Loch, ja? Wie? Schießt du oder schießt der andere? Nein, da hat er ich geschossen, da auch noch. Das ist ja schon tot. Nein, jetzt kommt keiner, pass auf. Willkommen auf Zeugat, das ist ja trocken. Hey, was machen wir jetzt? Ja, gute Frage. Prächtigt. Wow. Du bist. Ich habe nur das Kopf. Ich würde sagen, wir gehen auf, oder, Michi? Opa sagt, ich haue mir ja Rauchkanaden auf, da. Super, dass ich weiß, wo man ja ziel ist. Fuck. Nein, Alex, keine Rauchkanaden, ich weiß nicht, wo man gerne will, das ist. Hä? Ohne gerne will, das ist ein Rauchkanaden sinnvoll. Warum nimmst du denn da keine? Ich weiß, das muss ich. Das hört sich an, wie. Fuck, ich hätte ohne der Wischkopf gehabt, bis auf den Arm, Michi, du weißt? Hey. Alter, Alter, ich spawne, hast du ja gerade gespawnt bin? Ja, ich habe es gerade gesehen, weil Dario, weil der Dario so beschissen gestattet ist da. Alter. Warte auf mich. Weil ich nicht zurückhabe, keiner. Da, Alex. Hey, ich kann exaktiv, wenn ich da spawne. Entschuldigung. Doch. Nein? So ist es dein Schuss. Hey, wer schießt denn da? Der steht unten. Der steht unten. Wo? Hinter dem vorne noch. Fuck ey. Gesehen. Spiss. Oh, Arsch. Hallo. Kein Mensch da. Danke dir. Der B ist keiner da. Da bist du ja. Hey. Nice. Hey, eine Idee. Geil, jetzt sind wir auf. So schaut es aus. Oh, fuck. Oder doofens. Jetzt kann man den Weg gebrauchen. Der ist Scott. Nein. Und der Tratio oben schießt auch, weil du bist tot. Ja, der Radius von Fliegel ist nicht so groß. Einfach geil. Er schießt noch. Der Typ schaut, der mit dem Radio oben. Koffe. Nein, aber ich versuchte mir schon mit der Sniper. Einer peinlich. Er ist heroben. Heroben. Ach, der war ganz schön. Wieso wird der Wunsch betrieben? Hey, aber die Idee war gar nicht so blöd, was wir jetzt gehabt haben. Mit dem, wo der Tratio gegangen ist, meine ich. Du machst es wieder so und wir gehen wieder oben. Fast. Dann treffen wir sie in der Mitte. Und dann nachher gleich aufs Häusel. So wie jetzt gerade vor ganzem Stirm wieder. Hä? Hä? Ist das einfach doch? Wo ist denn der? Da ist keiner, Michael. Hä? Ja, es ist nicht immer der Tag, glaube ich. Nein, es ist keiner da gewesen. Nur wollen wir auch schon Glück machen. Hä? Oh fuck, jetzt kommen wir jetzt. Oh shit, oh shit, oh shit. Pass auf. Oh, das kann man machen. Hä? Ja. Warte. Was, ich bin nicht alles. Oh, was? Der war sich wieder unmenschlich geschossen, oder? Oh, ich bin nicht alle da. Oh, Leute beschäftigt. Pass auf, sie sind sicher noch da irgendwo. Oh, ich bin nicht alle da. Das hab ich jetzt gehofft mit der Rauchkannten. Bei mir ist keiner mehr. Hä? Achtung, wo? Hinten. Super. Schüttentasen. Ich liebe dir. Ich schau mal auf. Achtung. Der ist fast weg. Da lebst du noch? Natürlich. Ich hatte es nicht da. Musst du noch einmal? Ich bin schon da. Ach so. Ich glaub hinten, Michi. Ich sag mal los. Koffer. Er ist aufsicht. Ja, ja. Er wird seiner G8 sein, weißt du? Ja. Alter, ich würde sagen, jetzt bist du auf dich reingeschliessen. Ah, das macht gut. Boah. 133. Ja. Ja, ich hab mich ja normal. Man hat nicht gehofft, so wie du schaffst du alles. Ja, bitte mit seiner Snapper. Sohle. Schießt alle und trifft ein Fleisch. Fleisch? Ja, ja. Wir machen sie dann weg. Was? Ihr rufst dann auch mal zu bald auf dem Satz. Ach so. Ja, wo müsst ihr jetzt hin? Wir gehen zur Grundberggänge. Da? Da müssen wir zur Bank. Ach so, Grundberg, ja. Okay. Macht's aber noch weggegangen? Macht's euch keine Stöße. Wir gehen dann zu gut. Ja, ich rufe euch sonst einfach auf, wenn wir vor uns sind. Ja, ruft uns auch. Dann macht's euch fertig und ich rufe euch und ich rufe euch bei der Grenze. Dann bringt's euch nur gegenseitig um, oder irgendein Auge. Nein, nur mir selbst. Ach so. Wechselt Luft. Oh, meine Sch***. Nächstes Spiel, ja, wieder. Hier! Ah, das kann ich nicht mehr. Ich seh nichts mehr. Ja, tschüss, tschüss. Noch mal. Es kommt eine Auge. Wo? Wir stehen von hier unten, oder? Nein. Oder eine Auge. Schießt du rechts? Schießt du rechts? Fuck. Hallo? Ich will drüber rein. Oder mich ganz schnell verstecken. Alter! Warte! Alter! Alter! Der ist fast geschafft gehabt. Du weißt, dass er dann wieder in seiner Kopf fällt, oder? Ich kann nicht geblendet werden, obwohl ich ins nichts schaue. Dann hat er zu sein. Ich habe mir den Granaten aufgelistet. Wie? Nein, Jux. War nicht wieder bei dir. Ich will es doch mal wieder bei dir. Ich weiß nicht. Ich will es doch mal sehen. Jetzt entscheide ich mir wie du es doch mal sehen. Wo? Hätte ich nicht stehen. Super, steht drüben, steht auch am Heißloch. Auch noch offen, cool. Unten. Ich deck dich von oben da. Ja, oben ist aber keiner mehr. Ja, toll, wo kommt der her? Fuck, super. Ich lebe eh noch. Lebst du noch? Das Problem ist... Ich lebe da, also 30 Leute voll aus mir. Okay. Das ist immer schlägerlich, weil 50 Leute da draußen. Ja, weißt du, das schönste Zufall mit dir, was oben steht. Nein, bitte. Ja, genau. Ja, wir gehen jetzt mal. Dann noch mehr kleiner. Wow. Shit. Ah, Alter! Was? Was? Ich wische Sack. Alex, schieß dich oben unten. Was? Unten so ein Wische. Was dabei? Wo sind sie? Sie kommen ja. Ja, bei dem Heißloch der Wagen. Drüben, drüben, Alex. Schaffst du nicht? Nein, da ist einer. 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 Warte mal. Hä? Ist das? Ja. Okay. Was sagen wir da noch? Schaut schön aus. Warte mal. Ja. 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 Ja, eben. Tschüss. Bis nachher. Wie sieht es aus, Michi? Ja, ja. Wo ist ich, ich meine? Bei dem Heiß steht sicher. Bei dem ist es. Wobei ist es nicht gescheit. Oben und unten? Nein, unten. Uargh! Herrgott, nochmal. Das wird nicht so schreckend, du Arschloch. Ja, das ist ein Waffen. Ja, das ist ein Waffen. Das ist ein Waffen, das ist ein gutes Wach. Ah, das ist jetzt hinten. Danke, Michi. So ein Scheiß. Scheiße, Scheiße, Scheiß. Ja. Oh Gott, der Verdau. Michi. Neun. Wo sinds denn? Alle da unten. Echt, das ist bei mir oder was? Ziemlich. Da bin ich. Hahaha. Alter, die Spurklinge einfach in einer Tour. Scheiße, verdammte Scheiße. Was ist das bei der Scheiße? Schau dir das an, schau dir das an bei mir. Eins, Stierl. Vier Leitende, Alex. Du schaust. Bist du tot, Michi? Ja. Hey, komm noch mal. Deck dich, Deck dich, ich komm noch mal. Deck dich, bitte deck dich. Fack, ich sind nur zwei. Ja, deck dich einfach. Ja, deck dich einfach. Ja, deck dich einfach. Sobald ich spawne, kannst du schon. Ich spawne, nehm dir. So. Hm, 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 hm. Das war ja eigentlich, glaube ich. Also 91, genau. Ich glaube, der zweite ist ja noch da. Hä? Hallo? Hallo? Welche? Was ist du, was? Ja, das ist ohne ausgeräumt. Ich glaube, ich habe ihn. Fehler. Was? Fehler. Fehler, danke. Er ist sicher der Meisel drin. Er wird warm und er wird noch nicht drin. Nein, ich werde unten noch schon. Da unten war aber gerade ein bisschen. Hey, ich sehe ihn noch. Also, ja. Ja, wow. Geiler Scheiß. Ohこれ,تهinas.